Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur WM-Prognose und heute natürlich noch mit meinen Tipps für das große Finale bei dieser Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Frankreich. Aber wir blicken auch noch mal kurz auf das Spiel um Platz 3, Kroatien gegen Marokko. Zwei finde ich sehr sehr spannende Spiele, wir suchen den Weltmeister 2022, also lasst uns reingehen in die Vorschau, in die Prognose, in meine Tipps für das Finale. Legen wir natürlich erstmal los mit dem kleinen Finale, um die Spannung noch ein bisschen aufrecht zu erhalten, Kroatien gegen Marokko. Zwei Mannschaften, die ich persönlich nicht im Halbfinale gesehen habe und somit logischerweise auch nicht im Spiel um Platz 3 und deswegen kann ich schon mal zu beiden sagen, sie haben mich überrascht und das positiv. Kroatien ist ja nun am Ende gegen Argentinien gescheitert und es war auch relativ deutlich mit dem 0 zu 3. Und meiner Meinung nach war auch das vollkommen verdient. Bei Kroatien ging nicht wirklich viel an dem Tag, wenn du als eine Mannschaft wie Argentinien besiegen willst, dann brauchst du einen Top-Tag und den hatten die Kroaten einfach nicht. Trotzdem war es meiner Meinung nach ein erfolgreiches Turnier und vor allem auch mit dem Blick auf die nächste EM, die in Deutschland stattfindet, hat man sicherlich Chancen an diesem Erfolg anzuknüpfen. Nun spielt man also im Duell um Platz 3, böse auch gesagt im Duell der Verlierer gegen Marokko und ich glaube Marokko hat jeden Einzelnen überrascht. Natürlich hat diese Mannschaft Qualitäten, die man auch schon vorher gesehen hat. Ich glaube es gab auch einige, die gesagt haben, ja Marokko könnte vielleicht überraschen mit dem Achtelfinale, vielleicht sogar mit dem Viertelfinale. Aber dass sie ja tatsächlich am Ende im Halbfinale stehen, Spanien und Portugal rausgeschmissen haben und in der Gruppenphase Kroatien und eben auch Belgien hinter sich gelassen haben, das ist natürlich schon richtig, richtig stark und ein Mega-Erfolg. Deswegen gab es auch vollkommen zu Recht nach der Halbfinal-Pleite gegen Frankreich, wo man ja 0-2 verloren hat. Großen, großen Applaus von den Fans. Dennoch dort hat man ja überhaupt kein schlechtes Spiel gemacht. Man hat schon auch ein bisschen gebraucht, bis man reingekommen ist, aber war dann auch irgendwann ab der ersten Hälfte der ersten Hälfte da und hatte auch ein paar Chancen, gab vor allen Dingen auch am Ende. Man muss sagen, die Pleite war verdient, aber trotzdem finde ich, hat man da auf jeden Fall ein gutes Gesicht abschließend gezeigt. Jetzt haben wir also das Duell, was wir schon am ersten Spieltag hatten zwischen Kroatien und Marokko. Damals Ende, Anfang, Mitte November am 23. besser gesagt, ging es ja 0-0 aus. Ob man das jetzt als Anlass nehmen kann, ein ähnliches Ergebnis zu tippen, muss dann sicherlich jeder für sich selber entscheiden, denn natürlich entwickelst du dich innerhalb dieser sechs Spiele als Mannschaft nochmal. Wenn ich mir jetzt so die letzten Wochen angucke, dann könnte man vielleicht sagen, das Momentum ist etwas mehr bei Marokko, weil sie eben sehr über Teamgeist, Teamgedanke kommen. Bei Kroatien ist vielleicht nochmal so ein Ticken mehr dafür individuelle Qualität da und das macht es, finde ich, so schwer zu prognostizieren, weil man natürlich auch sagen muss, das Spiel um Platz 3 ist ein Spiel, was du halt noch spielen musst. Ich glaube, und das ist ja auch logisch, dass da von der Motivation her schon so ein bisschen was verloren gegangen ist und deswegen gehe ich hier dann eher mit der individuell stärkeren Mannschaft und sage, Kroatien gewinnt mit 3 zu 1 und wird WM Dritter. Und nun blicken wir also auf das Finale der WM 2022 Argentinien gegen Frankreich. Zwei Mannschaften, die natürlich rein von der individuellen Qualität auch durchaus dort gesehen wurden. Ich denke mal, die beiden Mannschaften plus Brasilien waren für viele die Top-Favoriten auf den Titel und diese beiden haben es eben damit auch bislang bestätigt. Argentinien hat sich im Turnierverlauf gegen Australien durchgesetzt, gegen die Niederlande und gegen Kroatien. Ich denke mal, vor allem das Ding gegen Holland war sehr, sehr eng und da wäre es fast so weit gewesen, dass man rausgeflogen wäre. Ansonsten war das aber durchaus souverän, bis natürlich auf die Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien. Aber ich fand, Argentinien hat einen guten Eindruck gemacht und mit diesem auch nochmal bestätigt im Halbfinale gegen Kroatien, wo man das deutlich bessere Team war, am Ende verdient mit 3 zu 0 gewinnen konnte. Aber jetzt im Finale wartet natürlich ein extrem starker und damit auch schwieriger Gegner. Der amtierende Weltmeister Frankreich hat die Chance, den Titel zu verteidigen und das aufgrund einer Mannschaft, die defensiv wie offensiv Weltklasse ist, die mega Talente hat, aber auch tolle erfahrene Spieler, die fußballerisch alles kann. Sowohl Ballbesitz, defensive Stabilität und vor allen Dingen auch Konterfußball und genau das macht halt Frankreich auch unglaublich stark. Sie sind taktisch sehr, sehr flexibel, haben auch nach der EM 2021 nochmal richtig Schritte nach vorne gemacht und sind nun eben auch im Finale. Der Weg war ja auch durchaus gut gelungen. Auch da haben wir das Achtelfinale gegen Polen, was souverän war und das Halbfinale gegen Marokko, was ergebnistechnisch souverän war. Auch hier was eng gegen England, aber auch dort konnte man sich gegen eine individuell starke Truppe durchsetzen. Und natürlich war das gegen Marokko jetzt nicht über 90 Minuten perfekt. Wie gesagt, es gab Phasen, vor allen Dingen auch rund um die Halbzeitpause vorher und nachher, wo Marokko da war. Deschamps hat aber auch dort dann sehr, sehr clever ausgewechselt, wodurch er das Spiel beruhigen konnte und deswegen steht Frankreich auch vollkommen verdient in diesem Finale. Natürlich ist das auch so ein bisschen die Frage, wer gewinnt, Lionel Messi oder Kylian Mbappé? Wird sich Messi die Krone aufsetzen, zum ersten Mal in seiner Karriere den WM-Titel zu holen? Der Titel, dem ihm noch so viele zutrauen wollen und auch gerne sehen würden und natürlich auch einen Titel, den er eben bislang noch nicht hat und unbedingt haben will. Und das ist seine letzte Chance. Bei Kylian Mbappé ist es eben genau die andere Geschichte. Er könnte in einem jungen Alter den Titel schon zum zweiten Mal gewinnen und dann eben sogar verteidigen und damit auch die nächste Generation bei Frankreich einleiten. Denn da sind ja schon so viele tolle junge Spieler im Kader, die schon eine gute Rolle spielen. Und da sieht es für die nächsten Jahre echt richtig, richtig gut aus. Kommen wir aber jetzt zu den Fakten und das ist eben am Ende auch mein Tipp. Und ich gehe hier mit der Titelverteidigung. Frankreich schlägt Argentinien mit 2 zu 1 und wird Weltmeister. Denn wenn ich mir die beiden Mannschaften im Turnierverlauf so anschaue und gegenüber stelle, dann macht meiner Meinung nach Frankreich den etwas besseren Eindruck. Und wenn man an das Finale denkt, wird glaube ich bei Argentinien auch sehr sehr viel über die Stimmung, über die Euphorie passieren. Und sollte eben dann Frankreich in einzelnen Momenten clever zuschlagen und vielleicht in Führung gehen, dann glaube ich wird es für Argentinien schon ein sehr sehr hartes Brett. Weil sie auch sowas kaum gewöhnt sind, mal in Rückstand zu geraten. Also wer hier das erste Tor macht, und das ist auch sehr sehr oft in Finalspielen so, der hat einen mega großen Vorteil. Und da sehe ich einfach Frankreich noch mal einen Ticken besser, noch mal einen Ticken reifer. Und deswegen gehe ich mit der französischen Nationalelf und sage, Frankreich verteidigt den Weltmeistertitel und schlägt Argentinien mit 2 zu 1. Damit hätten wir am Ende Frankreich erster, Argentinien zweiter, Kroatien dritter und Marokko vierter. Und jetzt interessiert mich natürlich vor allen Dingen auch eure Meinung zum Finale, zum Spiel um Platz 3. Eure Prognosen, eure Tipps könnt ihr mal sehr sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.